Ich bin hier in einem Laden in Hutschminenstadt und sie verkaufen hier Bücher, aber auch viele andere Dinge, mit denen man sein Zimmer dekorieren kann und auch Räucherstäbchen und all sowas. Leider kann man das nicht aufnehmen, aber der Geruch ist hier sehr schön. Hier ist ein sehr schöner Geruch von all diesen Räucherstäbchen und so weiter. Ja, manche Dinge sind auch sehr typisch asiatisch, würde ich sagen. Wir haben hier diese kitschigen Kätzchen, ja, das sind Kätzchen. Und wir sagen kitschig, wenn etwas, es ist schwer zu erklären, ja. Kitschig bedeutet, dass etwas süß ist, aber auch ein bisschen zu süß auf eine gewisse Art und Weise.